Liebe Musikfreunde, mein Name ist Tommy Emilow und ich bin Dozent an der Musikschule des Musik College Hannover und ich freue mich riesig für euch ein kurzes Vorstellungsvideo zu machen. Ich werde hier klassische Schlagzeug und Drumset gemischt unterrichten und noch Klavier dazu Ich habe an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar studiert, Gesang, Klavier und Schlagzeug. Außerdem werde ich hier viele verschiedene Kurse leiten, so wie zum Beispiel Musikalische Kuriererziehung und Abendkurse für Erwachsene und für Kinder, Weltmusik und vieles mehr. Außerdem schreibe ich auch selber Musik. Ich komponiere und mache eigene Bearbeitungen für jede Schule. Das bedeutet, dass ihre Lieblingsmusik eigentlich bei unseren Stunden vorkommen wird. Beschreibe dich in drei Worten. Also humorvoll würde ich sagen, dann positiv und fast immer hungrig. Lieblingsfach in der Schule? Musik, Sport und interessanterweise Mathematik. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Die letzten Jahre eher Frühaufsteher. Lieblingsmusiker oder Lieblingsband? Von dem Klassiker Lena Bernstein definitiv und vielleicht Queen. Nutella-Brötchen mit oder ohne Butter? Oh man. Katzen oder Hunde? Weide, aber eigentlich lieber Hunde.